So, grüß euch. Ich stehe jetzt da an der Salzachbrücken. Da vor mir ist Freilassing, hinter mir ist Salzburg. Und ich muss mal wieder ein ganz großes Dankeschön sagen an unseren Dr. Söder, den besten Virologen, den wir in Deutschland, auf der Welt und wahrscheinlich im ganzen Universum haben. Denn er hat gesagt, nach Bayern einreisen geht noch nicht. Also die Österreicher dürfen nicht ohne Grund rüberfahren. Aber die Deutschen oder die Bayern dürfen wieder hinüberfahren, nach Österreich. Wir können wieder rüberfahren, da rüber. Es ist auch keine Polizei mehr da. Da hat es ausgeschaut wie an der DDR-Grenz bis vor kurzem. Da ist man nicht rübergekommen. Hier steht keine Polizei mehr, weil wir rüber dürfen. Aber es hat ja geheißen, die Österreicher dürfen nicht rein, wenn sie keinen driftigen Grund haben. Schaut mal her, wer soll die Österreicher aufhalten? Keiner, da steht keiner mehr. Das heißt, die Österreicher sind schlau genug, dass sie nicht rüberfahren. Wahrscheinlich. Obwohl, da fahren ein Haft von Österreicher gerade vorbei. Und man muss wieder sagen, der Dr. Söder hat wieder einen neuen Virenstamm entdeckt. Nämlich einen Virenstamm, der zwar beim Rausfahren aus Deutschland für die Österreicher nicht gefährlich ist. Aber für diejenigen, die aus Österreich zu uns kommen, für uns gefährlich ist. Also, ich bin begeistert einfach von dieser Sache. Ihr seht, hier steht kein Mensch. Die ganzen Kontrollen sind einfacher Schwachsinn. Es gibt eigentlich keine Kontrollen mehr. Herr Dr. Söder, treten Sie zurück. Ich meine, was anderes kann ich gar nicht mehr sagen. Und nehmen wir uns gleich die Merkel-Bagage mit. Weil, was da für ein Blödsinn läuft bei uns, mit diesen Verordnungen und mit Ausreisen, Einreisebeschränkungen und sonstigen. Da hält sich keiner dran. Wo sind die Polizisten, die hier kontrollieren sollen? Also, wo? Es gibt diese Gefahr wahrscheinlich gar nicht mehr von Corona. Aber wir müssen alle noch in Panik versetzt werden. Für dich. Für dich.